Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und wir gehen auf das Thema ein, wenn euer Getriebe ruckt oder schlägt oder stößt, warum das überhaupt passiert. Wir werden heute das Thema behandeln und wichtig zu verstehen ist, wenn euer Getriebe schon schlägt, stößt oder ruckt, dann wird ein Ölwechsel oder eine Getriebespülung nichts helfen. Das muss euch von vornherein klar sein. Ihr habt im Getriebe dann einen massiven Druckverlust und ihr solltet damit rechnen, dass ihr eine defekte Mechatronik habt. Das heißt, eine Mechatronik muss man dann reparieren oder entstandsetzen. Und in dem Video werden wir euch erklären, wie das zustande kommt. Um sicher zu gehen, sollte man sich die Adaptionswerte von dem Automatikgetriebe angucken. Denn anhand der Adaptionswerte kann man sehen, ob ihr einen Druckverlust habt und wenn, wie massiv der ist. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen, dass wir uns die Werte hier anschauen, haben wir auch die Möglichkeit, euch ein Kabel zu schicken. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen und die einzelnen Komponenten prüfen. Komponenten des Getriebes und auch Komponenten des Motors. Denn zum Beispiel ein verschwefelter Katalysator oder ein verrusteter Partikelfilter kann auch daran liegen, dass das Fahrzeug ruckt oder Stöße verursacht beim Getriebe. Ich fange erstmal an, das zu erklären, wie so ein Getriebe funktioniert. Wir haben bei dem Getriebe ein hydraulisches System. Durch Öldruck werden die Kupplungslamellen zusammengedrückt und das Getriebe fährt nach vorne. Wenn wir irgendwo einen Druckverlust haben, da gibt es mehrere Orte, wo wir ihn haben können. Wenn wir einen Druckverlust haben, dann haben wir den Effekt, dass wir einen mehr Verschleiß des Getriebes haben. Dadurch geht das Getriebe schneller kaputt. Wenn ihr länger was vom Getriebe haben wollt, dann sollte man regelmäßig das Getriebe anhand der Adaption prüfen. Und wenn man einen Druckverlust hat, dann sollte man aktiv werden. Ein möglicher Ort des Druckverlustes sind die Dichtungen zwischen Getriebe und Mechatronik. Ein weiterer Ort ist die Dichtplatte zwischen den Mechatronik-Hälften. Und was oft der Druckverlust sozusagen verursacht ist, oder die Ursache ist, ist ein metallischer Verschleiß der Mechatronik selbst, den man in manchen Fällen entstandsetzen kann. In anderen Fällen muss man die Mechatronik tauschen. Ich zeige euch einmal hier anhand einer Skizze, wie das Ganze funktioniert. Das Getriebe schaltet so, dass man normalerweise nichts merkt. Das heißt, auch ein Getriebe, bevor es kaputt geht, wird sich nicht ankündigen, dass es kaputt geht. Das heißt, nicht durch Rucken oder Schläge oder Stöße. Das heißt, ein Getriebe geht auf einmal kaputt. Ein Getriebe geht kaputt in dem Sinne, dass diese Kupplungslamellen, die sind dann verschlissen. So, das heißt, bis sie verschleißen, adaptiert das Getriebe immer den Druckverlust. Es versucht, den Druckverlust wieder gut zu machen, wieder zu kompensieren. Aber obwohl er es das macht und das Getriebe super schaltet, verschleißt euer Getriebe trotzdem. Deswegen, wenn ihr ein Fahrzeug kauft mit einer höheren Laufleistung oder ein Fahrzeug allgemein kauft, sollte man das Fahrzeug immer vorher prüfen. Denn nicht die Laufleistung und das Alter ist entscheidend, sondern wie das Fahrzeug behandelt wurde. Wir hatten öfter Fahrzeuge mit Laufleistung unter 100.000 Kilometern, wo die Mechatronik verschlissen war. Und so eine Mechatronik kostet 3.000 Euro. Das will man nicht haben. Wie funktioniert ein Getriebe? Wir haben einen stufellosen Schaltvorgang. Das heißt, wenn der nächste Gang geschaltet wird, ihr merkt das normalerweise nicht. Das heißt, wir haben bei dem Getriebe mehrere Kupplungspakete. Insgesamt sind das fünf Stück. Und es ist so, damit ein bestimmter Gang eingelegt wird, dritter, vierter oder fünfter, werden immer mehrere Pakete parallel zusammen verwendet. Das heißt, zum Beispiel Gang 3 hat zwei Pakete, Gang 4 hat vielleicht drei Pakete. Und das sind immer unterschiedliche Pakete. Das heißt, der Schaltvorgang funktioniert so, diese Kupplungen, diese Kupplungspakete werden zusammengedrückt. So wie hier dargestellt. Das ist das hier, was wir hier bildlich sehen. Diese Kupplung, die wird zusammengedrückt durch Öldruck. Und wenn zum Beispiel der Gang eingelegt ist, dann ist das Kupplungspaket zusammengedrückt. Und hier sieht man, das Drehmoment dieser Kupplung, das ist aktiv. Wenn diese Kupplung entkuppelt wird, das heißt, es wird der nächste Gang angelegt und bei dem nächsten Gang ist das Kupplungspaket A zum Beispiel nicht notwendig, dann sieht man, das Drehmoment dieses Pakets geht runter, es wird langsam entkuppelt. Parallel dazu wird ein anderes Kupplungspaket zusammengedrückt. Ihr seht, die Kraft wirkt. Und hier sieht man zum Beispiel von diesem Paket, wir haben erstmal keinen Drehmoment und er steigt. Und wenn ein Getriebe vernünftig funktioniert, dann ist dieser Moment hier gleichmäßig. Das heißt, er kuppelt und entkuppelt gleichmäßig. So, wenn wir aber zum Beispiel irgendwo im Getriebe ein Problem haben, dann ist dieses Entkupplung, ich werde das mal so malen, dann ist sie verschoben. Das heißt zum Beispiel, die Entkupplung ist nicht so, sondern die verläuft zum Beispiel zu spät. Das heißt, der entkuppelt, ist noch nicht fertig mit Entkuppeln und der hat schon eine Kraftübertragung. Oder genau andersherum. Das heißt, dieses Paket kann sein, dass er zu schnell entkuppelt. Das heißt, dadurch bekommen wir einen Schaltstoß. Was ist, wer ist der Schuldige davon? Wer, was ist die Ursache davon? Die Ursache davon ist die Mechatronik. Das heißt, die Mechatronik, ich baue die einmal kurz zusammen, damit ihr versteht, wie das Ding normalerweise aussieht. Die Mechatronik sorgt dafür, dass diese Kupplungspakete zusammengedrückt werden und entlastet werden. Wir haben in der Mechatronik Öl, was von der Ölpumpe reinfließt. Und wir haben in der Mechatronik, haben wir metallische Kolben, die sehen so aus. Und wir haben elektrische Magnetventile. Und die beiden Komponenten im Zusammenhang sorgen dafür, dass Gänge geschaltet werden. Moment, ich packe das mal so, damit das nicht wegfliegt. Das hier ist zum Beispiel ein metallischer Kolben, der bewegt sich permanent hier. Das ist zum Beispiel ein Magnetventil. Diese beiden Komponenten in Kombination sorgen dafür, dass das hier vernünftig arbeitet. Dass das zusammengedrückt wird und entlastet. Wenn wir hier zum Beispiel einen Verschleiß haben in der Mechatronik, das heißt, wir haben zum Beispiel ein defektes Magnetventil oder ein Magnetventil, wo der Filter zum Beispiel dicht ist oder ein undichtes Magnetventil, dann haben wir Probleme bei dem Vorgang. Oder wir haben zum Beispiel einen metallischen Verschleiß in der Mechatronik. Das heißt, wir haben hier einen Kolben, der hat nicht mehr die richtige Kompression zwischen Kolben und Gehäuse. Oder wir haben eine Dichtplatte, die zum Beispiel hier eine Beschädigung hat. Wie zum Beispiel diese Dichtplatte. Kannst du einmal ganz kurz zeigen. Diese Dichtplatte hat hier eine Beschädigung. Diese ganzen Ursachen können der Grund sein, wenn ein Getriebe ruckt. Das ist ein möglicher Ort oder mögliche Ursache. So, das heißt, deswegen male ich einmal so auf, damit das hier alles sozusagen gemacht wird, haben wir hier die Mechatronik. So, das ist das, was wir eben gesehen haben. Das heißt, diese Mechatronik sorgt dafür, dass die Kupplungen versorgt werden mit Öl. So, ein weiterer Ort des Problems hier kann der Weg sein. Das heißt, der Weg zwischen Mechatronik und dem Getriebe. Deswegen haben wir zwischen Mechatronik und Getriebe bestimmte Dichtungen. Deswegen ist es wichtig, wenn wir hohe Adaptionswerte haben, also einen Druckverlust oder das Getriebe schaltet nicht mehr ideal, ist es wichtig, dass man die einzelnen Sachen prüft. Das heißt, dass man einmal die Dichtungen tauscht zwischen Getriebe und Mechatronik, dass man die Dichtblase tauscht zwischen den Mechatronikhälften und dass man die Mechatronik auch prüft, ob sie nicht einen metallischen Verschleiß hat. Kurzer Exkurs. Wir haben hier eine defekte Mechatronik aus einem Fahrzeug, was weniger als 100.000 Kilometer gelaufen hat. Das Fahrzeug ist nur sechs Jahre alt oder fünf Jahre alt. Und ich werde euch einmal zeigen, wir haben zwei identische Mechatronikhälften. Diese Mechatronikhälften oder diese Art von Mechatronik mit diesen Ventilen oder Magnetventilen werden nur bei Fahrzeugen ab 2016 verbaut. Das heißt, ihr seht, das ist eine relativ frische Variante. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass wir hier einen Verschleiß haben. Das heißt, wir haben einen Verschleiß der Mechatronik. Ich muss einmal ganz kurz Strom anmachen. Einen Moment. So. Und zwar, wir können jetzt die Mechatronik gemeinsam kurz prüfen. Elektronisch. Auf Unterdruck. Ihr seht, hier haben wir zum Beispiel einen Wert von 5. Wir sollten aber einen minimalen Wert von 18 haben. Wir prüfen hier die Kompression, wie man zum Beispiel beim Motor die Kompression aufprüft, so prüfen wir die in der Mechatronik. Ihr seht, wir haben hier einen Wert von 22. Das heißt, in dem Fall haben wir einen massiven Druckverlust in der Mechatronik. Und dieser Druckverlust sorgt dafür, dass zum Beispiel es zu Schallstößen kommen kann. So wie wir jetzt zum Beispiel auf diesem Bild sehen. Einmal, das ist eine mögliche Möglichkeit, dass dort zu Schallstößen kommt. Eine weitere Möglichkeit von Schallstößen wäre, was sehr häufig passiert, dass wir zwischen dem Getriebe und dem Differenzial haben wir bestimmte Komponenten. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier vorne die vorderen Räder. So, wenn wir zum Beispiel normal, sagen wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel ein Einradfahrzeug. Dann haben wir hier vorne ein Differenzial. Dann haben wir hier das Automatikgetriebe und hier haben wir noch ein Differenzial. So, das heißt, so, dann kann man das vielleicht so ein bisschen erklären. Und es ist halt so, dass wir, entschuldige ich meine Fähigkeiten zu malen, aber hier kann man zum Beispiel sehen, wenn das das Automatikgetriebe ist, hier ist natürlich auch noch ein Verteilergetriebe daneben, spielt aber in dem Punkt keine Rolle. Normalerweise kommen Schallstöße nicht vom Getriebe selber, sondern Schallstöße kommen in der Regel mechanischer Natur. Wenn wir zum Beispiel Verschleiß haben in zum Beispiel der Hardyscheibe. Hier haben wir zum Beispiel eine Hardyscheibe drauf. Das heißt, die Hardyscheibe kann Beschädigung haben. Die Hardyscheibe soll dafür sorgen, dass zum Beispiel Wechsel des Drehmoments gedämpft wird. Wir haben Luft zum Beispiel, oder wir können Luft in dem Differenzial hinten haben. Wir können Luft zum Beispiel in dem Differenzial vorne haben. Wir können auch Luft zum Beispiel in dem Verteilergetriebe haben. Wenn wir zum Beispiel nur einen Heckantrieb haben, dann haben wir eine Verbindung zwischen dem Automatikgetriebe und dem hinteren Differenzial. Wir haben hier aber natürlich die Antriebswellen. Die können ebenfalls Luft haben, die können Verschleiß haben. Die Zahnräder können verschlissen sein. Das heißt, oft ist auch der Druck oder beziehungsweise der Ruck vom Automatikgetriebe kommt gar nicht vom Automatikgetriebe. Die Fahrzeuge, die wir hier täglich haben, die einen Getriebeschaden hatten, die sagten, das Getriebe hat bis zum letzten Moment perfekt geschaltet. Und das ist halt meistens der Fall. Deswegen sollte man sich nicht darauf ausruhen, dass euer Getriebe super schaltet. Das heißt nicht, dass das Getriebe in einem guten Zustand ist. Wenn ihr euer Fahrzeug lange behalten möchtet oder ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, prüft das. Weil die Alternative kann sehr, sehr teuer werden. Und wir versuchen, den Getriebeschaden zu vermeiden. Wir versuchen, die Leute zu sensibilisieren, dass man es nicht so weit kommen lässt, dass das Getriebe kaputt geht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann werden wir das versuchen, in den nächsten Videos zu berücksichtigen. Und abonniert gerne den Kanal, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.